Ich habe ein dummes Mädchen gesehen mit einem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Parti, Partou, Parti, Parti, Partou, 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 und jetzt die Schikane. Parti, Partou, jawohl, Parti, Parti, Partou, jawohl, kommt da jemand? Kommt da jemand? Geh wieder da hin zurück, wo du hergekommen willst, da ist ein Wasserklass zu machen, aus den Tiefen emporgestiegen. Also, das ist der Parti, Partou, Tanz, Parti, Partou, und dann kriegt man mal gute Laune. So, bleib jetzt stehen, alle, jetzt ist... Alter, ich rasch da aus, Alter, ich rasch komplett aus. Vor 10 Minuten hat die Sonne noch geschienen, dann hat's gepisst, und jetzt schneit's, Alter. Am Sonntag ist der 1. Mai. Überlemo! Ich will bei Sonne scheinen, mit meinem Boller, wenn ich rumfahre, und geile Frau auf der Arsch gucke. Aber ne, jetzt kann ich Schlitte fahren! Im Sommer, Alter! Im Sommer! Die Scheiße muss ich da noch gehen, Alter! Das gibt's doch nicht! Mensch! Alter, fuck! Ich hab noch ein Stück Salami im Backofen! Seht ihr das, der macht mich so verreckt! Danke, Merkel! Ey, mein Freund! Juhu, zwei Optionen! Komm raus! Leck mich auf! Aus! An! Komm! Gibt's doch ja nicht! Komm raus da! Jäh! 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 Von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? So, 1 ist jetzt schlecht und 10 ist gut. Naja. Naja. Ungefähr. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Fabio, Samstag gibt ne fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Uwe, Uwe, ich bin auch dabei. Hast du einen Migrationshintergrund? Ja. Nein, ist einfach so ne weiße Wand, weil wir sind neu ausgezogen. Ach, Mann, was ist heute mein Deutsch? Mit wem spreche ich denn? Lesley. Sind Sie nicht Frau Schüler? Nee. Oh. Moment, wer ist das? Carsten, bist du das? Car- Nein. Hallo? Nein, ich bin nicht der Carsten. Ich bin der Günther. Würden Sie mich auch nehmen? Hör mal. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Le to Le, da ist Günther ja auch am Telefon, oder ist das Verarsel? Nein, nein, es ist schon richtig, aber ich habe mich verwählt. Ich suche Elisabeth. Sind Sie Elisabeth? Äh, nein, ich bin ich nicht. Dann wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. Wir können uns ja mal zum Kaffeetrinken treffen, aber ich habe mich verwählt. Ich suche eine andere. Wir schauen uns zum Abschluss Daily Dose an und dann ist für heute Schluss. Dann kriegt meine Schwester, äh, meine Schwester. Dann kriegt meine Freundin. Freedom! Woran hat's gelegen? Heu, woran hat eleen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat eleen? Äh, dann fragt man sich nachher natürlich immer, woran hacer lect stud mad hat. Ich sage immer, woran es gelegen hat, fragst nicht immer, woran hat es gelegen?ī Äh, äh, na gut, ich sag mal so, woran hat es gelegen? Da sagt man, nachher natürlich immer fragt man sich, woher eine Silene hat und fragt man sich immer, woher eine Silene hat. Zudem müsst ihr euch auch die komplette Karte von Rise of Kingdoms erstmal freischalten. Nämlich alles ist ein dichter Nebelgehör. Und ihr müsst erstmal ein paar Speer rausschicken, um die Karte erstmal so richtig schön freizuspielen. Ich bin Marco und habe diesen Kanal mit mir aufgemacht. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Haben wir noch Peps? Nee, wer hat den letzten genommen? Hast du die Peps noch genommen? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Ich schwöre, der will mich flachsen. Haben wir keine mehr? Der sagt auch nichts. Der spricht kein Deutsch. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht. Ist okay. So muss man erstmal machen können.